so leute es ist etwas passiert mir hat die letzte folge zerschossen ja scheiße es ist es ist eigentlich nicht viel spannendes passiert wir sind jetzt in diesem gebäude drin aber ja wir haben bis jetzt noch niemanden angetroffen wir haben hier gerade oben etwas gehört und müssen jetzt mal eben schauen was wir denn hier oben vorfinden vielleicht kriege ich ich weiß nicht vielleicht kriege ich die folge noch mal irgendwie hin muss gucken ich bin da jetzt nicht so technik affin aber vielleicht klappt es ja scheiße naja passiert halt tut mir leid das macht mich jetzt ein bisschen sauer scheiße weg da nun kann ich nicht aufmachen keine leichen das ist gut oder es fragt sich wo sie hin sind naja ich schätze mal die laufen hier irgendwo rum oder so steinchen haben jetzt auch dabei okay also wir haben in der letzten folge nicht wirklich viel gemacht wir haben eigentlich nur ein bisschen gelootet ja und das war es eigentlich auch schon also also falls ich die folge nicht wieder hinkriegen sollte ihr habt nicht viel verpasst sagen wir es mal so ist natürlich trotzdem ärgerlich in erster linie für mich und in zweiter linie für diejenigen die das let's play verfolgen sollten wie gesagt ich versuche mein bestes aber ich kann nichts versprechen ich weiß noch nicht vielleicht sollte ich mir meine neue playstation an anschaffen die macht nämlich in letzter zeit dauernd solche faxen zum beispiel infamous second son hat sie mit den kompletten speicherstand zerschossen deshalb kommt auch erstmal nichts mehr denn das wird wahrscheinlich jeder kennen der spiele zockt wenn man weiß ich nicht da verliert man dann irgendwie die motivation wenn man einfach wieder anfangen muss von neu anfangen muss ja weiß ich nicht mal schauen vielleicht ergibt sich das bald noch alter habe mich jetzt erschrocken scheiße das sind dann wohl klicker ja nein klicker verstecken sich nicht ach das war ich jetzt okay ich verstehe es nicht wer wer war das warum egal gut das mit den beiden games aber ach so und speicherstand speicherstand zerschossen metro last light und so schlau wie ich bin hatte ich die nicht auf mein ps-plus speicher hochgeladen tja fragt mich nicht warum ich weiß weiß es nicht äh röntgenbilder des pilzwachstums im gehirn eines patienten alles klar das sah nicht sehr gesund aus aber hey mal hier schauen immerhin hoffentlich gibt es hier nicht so ein king kong clicker scheiß leert recht jetzt sind sie beim experimentieren zu affen geworden weiter suchen wir werden was finden ja wir müssen was finden wir sind doch jetzt nicht umsonst hier hin und haben geschenktes pferd zurückgelassen aufzeichnisgerät aus dem labor okay vier paletten achso ich dachte das achso oh ähm hä nochmal abspielen vier paletten laborausrüstung verpackt und transportbereit tja die frage ist was passiert jetzt mit euch sie wollen die infizierten einschleifern wie ich das finde scheiße ist das ihr habt euch mehr eingesetzt als sie ja wenn irgendwer die freiheit verliebt hat dann hey langsau ach Mist oh nein oh nein der weist oh mein gott okay das war jetzt aber kein infizierter affe oder ich hoffe nicht weil die sind ja nochmal schneller er hat nicht gesagt wo sie sind ich weiß suchen wir weiter medikament flexi ipe okay ich weiß nicht was es ist aber das ist mir eigentlich auch egal gut ey komm jetzt lass mich da rein so gut aber den inhalt von der anderen folge könnt ihr eigentlich auch überall anders im internet gucken es gibt so viele let's plays jetzt schon hiervon aber wie gesagt wenn ich es wieder hinkriegen sollte oh da sitzt doch wer oh da sitzt er schon länger oh aber der ist nicht infiziert wenn sie die firefly suchen sie sind weg was du nicht sagst ich bin tot oder bin es bald ich hatte zeit nachzudenken es gab jahre da schienen wir etwas zu ganze scheiße reine zeit verschwinden das nicht mitmachen die anderen suchen sie sind im st mary krankenhaus in salt lake city sie finden sie dort dabei die welt zu retten viel glück damit weißt du wo das ist ich kenne die stadt ist es weit weg das ist ziemlich weit vielleicht mit einem pferd was sind es fireflies weg super ganz egal wir haben ein ziel machen wir dass wir wegkommen alles klar st mary's krankenhaus in ich habe schon wieder vergessen wo das ist salt lake city genau so ich schätze zumal ich muss den gleichen weg zurück wie ich reingekommen bin sorry ja mein gott was soll ich denn machen muni ok da war noch was ja da ist was ja 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 Hä? Oh, ein kleiner... Äh... Ja, das war... Äh... Ja, scheiße. Einmal nachladen. So... Das ist nur noch... Nur noch der? Und er. Ach, verdammt. So. Gut. Waren das alle? I hope so. Okay, wollen wir hier mal gucken. Munition. Ist er rar in diesem Etablissement. Stein will ich nicht. Ernsthaft, Stein will ich nicht. Warum hat keiner von denen was dabei? Scheiße. Alter. Ah, ernsthaft? Boah. Alter. Erschreckt mich doch nicht so. Scheiße, ey. Ey. Ach so, warte. So. Ey. Scheiße. mieses Schwein. Äh, Moment. Eben hatte noch einer Muni dabei. Jetzt nicht mehr. Schön. Sie macht mich glücklich. Happy, 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 happy. Hatten wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Na ja, ich glaub beim rauslaufen ist Looten jetzt nicht so angebracht. Alles klar. Ah, verdammt. Ach, verdammt. Oh, dann mal erst mal gucken. Da. Oh, und rechts jetzt. Oh. Da. Verdammt. Irgendwas getroffen? Sieht gut aus. Da. Sehr schön. Mit dem letzten Schuss nochmal. Warte mal. Die wechseln wir noch einmal. So. Alter. Ähm, kommst du bitte aus dem Schrank raus? Was? So, er hat auch nichts. Wie immer. Hier waren wir bestimmt auch schon drin, um Muni zu sammeln, ne? Ja. Sicher. Tja. Was? Ah, okay. Die brauchen nur zwei Schuss. Was? Mhm. Okay. Okay. ganz kurz gut ich schätze runter in der tat zwei schuss gar nicht mal so gut aber mal eben schauen dann müssen wir das noch mal gegen die austauschen tja hat hätte ich das irgendwie umgehen umgehen kann scheiße falsche waffe du musst mich auch sehen äh scheiße eins zwei drei 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 vier drei drei zwei drei Okay, Waffenwechsel kann ich auch nicht. Da ist keiner. Weiter. Oh, scheiße. Joe, wie geht's hier? Gut. Es geht. Es geht. Kommst du durch das Fenster? Natürlich. Wenn du nicht im Weg stehst. Raus, Rinder. Wo sind deine ganzen Waffen auf dem Rücken? Gut. Komm schon, hoch! Boah. Wo? Ich würde das jetzt nicht so... so laut hier rum erzählen. Oh. Oh. Komm, steh auf. Oder lad nach. Was auch immer. Oh, scheiße. Naja, jetzt sind wir natürlich voll am Arsch, ne? Willst du damit sagen, wir sind nicht okay? Kommst du da drauf? Mach schon. Ja. Himmel. Tja, rennen kann ich auch nicht. Du machst das gut. Nur weiter so. Alter, gleich bin ich weg. Oh, Mann. Hier, halt dich fest. Nein. Kannst du laufen? Ja. Dann lauf doch auch. Ach, scheiße, ey. Los, komm! Da ist der Ausgang. Nur noch ein kleines Stück. Komm! Mhm, mhm. Bin auf dem Weg. I'm on my way. Hey! P! Joel! Hinter dir! Was? Was? Ellie! Scheiße! Oh, Mist! Oh, Mist! Komm schon. Oh, fuck, 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 fuck. Nein, hast du nicht getan. Alter. Ich sehe gerade ein Kind mit einem Eisenrohr ins Gesicht geschlagen. Oh nein, ich wollte gerade was trinken. Okay. Okay. Ich schwöre dir, wenn wir das schaffen, wirst du für mich singen. Ja, okay. Eventuell. Eventuell. Okay, wir sind jetzt bei 20 Minuten, aber ich würde das gerne noch eben zu Ende machen, ja. Ich öffne die Tür. Lass mir Zeit. Los, komm! Ach, jetzt geht's wieder. Alles klar. Scheiße! Ah, krass! Ha! Wieder immer besser. Joel. Einfach das Pferd. Kommst du hoch? Alles raus. Geschafft. Endlich. Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Scheiße. Scheiße. Hier. Ah. Steh auf, steh auf, steh auf. Sag mir, was ich tun soll. Komm schon. Jetzt steh ich schon auf. Joel! Finta. Finta. Schön. Oh. Cool. Was? Ähm. Alter. Nicht mehr ganz so cool. Das wird nicht lang reichen. Okay. Ah. Hirsch. Ein Hirsch. Alles klar. Holen wir uns ein Hirsch. Aber, das, liebe Leute, machen wir erst in der nächsten Folge. Also. Wo bist du? Ach, komm schon. So, also bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.